hey leute und willkommen zu einem neuen video heute mal wieder endlich fernbus ich muss auch sagen ich habe richtig lust drauf und ich fahre diesmal nicht alleine ich fahre wieder mit meinem twitch mit meinem twitch stream zusammen das ist aber auch echt ein schwieriges wort und wir haben jetzt gerade abstimmt und beschlossen dass wir von münchen nach darmstadt fahren und mal gucken was uns so auf dem weg begleitet würde ich sagen ja wir machen jetzt erstmal hier münchen darmstadt das haben wir ja gesagt ich fahre jetzt direkt los leute das heißt ihr kennt das wieder ich kann vielleicht zwischendurch nicht direkt im chat lesen und wenn doch bauen wir einen unfall aber da müsst ihr jetzt einfach gucken ich möchte heute gerne mal wieder mit meinem pinken flitzer fahren und ja uhrzeit lassen wir jetzt einfach so realistisch und ich starte jetzt mal direkt rein muss jetzt links das jetzt aber ich kling bin je nachdem also erstmal muss ja der rettungswagen der geht ja vor aber hier hat doch keiner vorfahrt ist aber auch schon wieder ganz schön am blenden ich hasse dieses wetter also bis 25 grad kann man mich noch locken und danach wird es kritisch das passt oder von ist wieder ist aber hier viel mit feuerwehr und so fahr doch es ist grün dann fährt er auch ganz knapp gewesen also die kurve haben wir eigentlich relativ gut genommen oh ich muss die links hilfe oh nein ich bin falsch gefahren rückwärtsgang es ist nichts passiert leute das schild machen wir weg das ist auch irreführend jetzt haben wir für die zukünftigen leute jetzt erstmal entscheidungsfreiheit gelassen jetzt dürfen sie selber entscheiden welche richtung sie fahren wollen ich finde das sollte man auch mal ein bisschen den busfahrern wir sind ja profi in unserem gebiet sollte man auch einfach mal uns selber überlassen wer bist du sie wollen bestimmt mein ticket zählen padabon nee sorry mein fehler ja meiner ganz bestimmt nicht ist das gültig ja und das auch mit schönen an darmstadt und hier sind ja noch ein paar georg sie wollen bestimmt mein ticket zählen nein so richtig freundlich ne er ist so richtig ja heute ist der beste tag meines lebens ich habe gerade eine nachricht gekriegt sorry gebt mir zwei sekunden einen kleinen aufblick bitte ich gehe nicht weiter auf diesen fang ein so wir fahren weiter jetzt fahren wir aber richtig war vielleicht doch ganz gut ich würde gerne ins internet geht das ich habe noch nicht mal auf 50 beschleunigt können wir mal einen moment warten der hat mir einfach die vorfahrt genommen ich bin busfahrer ich habe vorfahrt da hat jetzt gerade einer gehustet das geht gar nicht wir haben gerade corona abgeschrieben und jetzt hustet hier unterhält die nächste rum die tuscheln im hintergrund sag mal was ist das für neues feature die sind hier voll am tuscheln und am husten da klingelt doch ein handy blendet aber ganz schön hätte ich jetzt zusammen würde würde ich sie aufsetzen das blendet mich wirklich auch jetzt in game es ist echt nicht angenehm hier drinnen wachsen schon eiszapfen schreibe ich mich so an wie soll man denn bei dem licht was sehen ich fahre auch irgendwie gerade wie so betrugner ihr müsst mir glauben ich habe keinen schluck alkohol betrug jetzt muss ich mich aber mal ein bisschen konzentrieren hier kann ja nicht sein dass er mich in einer tour hier so ablenkt komm wir machen mal wlan an was ist der so langsam hallo also es war doch eindeutiges ausbremsen und jetzt gibt er wieder gas der kranke typ jetzt werde ich auch noch rechts überholt weil ich nicht so schnell beschleunigen kann wahrscheinlich zieht er gleich auch noch rüber das ist deutschland das ist deutschland deutsche autobahn hasse ich ja hasse ich ja ich habe gerade auch ein kack stifter meint ich muss in der polizeikontrolle vielleicht blockiere ich gleich mal ein bisschen das bad und welcher fahrgast hat sich hier nicht angeschnallt den strafe reich ich weiter wo mit nutella und butter ist liebe nein ist es nicht da gehört keine butter drunter es schmeckt richtig gut nutella mit erdbeermarmelade und das schmeckt auch gut und das ist auch nichts unnormales wenn du jetzt dann butter drauf machst auf das boot und dann musst du ja das messer rein theoretisch sauber machen und da reicht das nicht nur am brot abzuschmieren um in die nutella zu gehen damit die nutella wieder sauber ist das macht doch keiner dann ist die ganze nutella versaut und du kannst da nicht mal mehr schön mit dem löffel reingehen weil wenn du damit mit dem löffel reingehst dann ja okay das einzige worauf ich mich einigen könnte wenn es diese diskussion überhaupt gibt dass es gesalzene butter sein muss dann kann man darüber sprechen aber wenn das keine gesalzene butter ist bin ich sowieso schon mal generell bei butter einfach raus jetzt kommt zu viel salz ist ungesund nee nee ich esse alles mit salz und ich salz grundsätzlich alles nach und wer damit ein problem hat der geht halt mit mir nicht essen einfache kiste ich kann dann noch so ein schickes restaurant gehen ich kann mir selbst einen salzbraten bestellen und den salzbraten würde ich nachsalzen das ist mir egal wer hat sich denn eigentlich so eine weite strecke ausgesucht jetzt haben wir gleich einen sonnenuntergang das wird jetzt richtig romantisch holt schon mal die kerzen raus macht euch gemütlich macht ein paar kuschelrock cds an jetzt gibt es gleich sonnenuntergang das müssen wir gemeinsam genießen P für pipi jetzt ist die toilette offen oh ich muss hier doch ich muss hier lang da noch mal gesehen ich will ja nicht sagen dass mir das letztens auch im real life passiert ist aber mir ist das letztens auch im real life passiert komm Ripper sollen wir unser lied einmal anstimmen was wir eigentlich immer singen wenn wir im bus fahren komm du stimmst das an wenn du jetzt weißt was ich meine dann stimmst du das jetzt an das Ripper ist tolllied nein das andere an der nordseeküste dann 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 am norddeutschen strand eine ewigkeit später darauf trinken wir erstmal ein genau das lieb meinte ich ist es deswegen ist er mal im unten wir haben den sonnenuntergang verpasst hey könnt Puschelrock jetzt wieder ausrufen jetzt gibt es ja auch nichts mehr zu schulen was ist das da eigentlich oben links in meinem spiegel warum flackert da die ganze zeit ein licht das ist wirklich sehr komisch weil diese ganzen rotzen haben ich hoffe die rotzen wirklich alle wegen allergie dann haben wir jetzt nicht hier den nächsten virus der uns alle wieder in die häuser färcht ich bin froh wenn man wieder festivals besuchen kann oder rausgehen kann so richtig ohne ein schlechtes gewissen haben zu müssen weil man dann irgendwie von einem an wie du was feiern warum ist hier schon wieder eine polizei das ist doch die vierte oder fünfte das ist das jetzt die vierte oder fünfte polizeikontrolle wo ist denn hier die polizeikontrolle ich habe kein licht an wie wieso hat sich jetzt noch einer abgeschnallt nee hier äh ihr habt die namen vergessen ihr könnt euch doch nicht einfach während der fall abschnallen seid ihr lebensmüde aber der der himmel ist voll schön sieht aus wie sterne apropos schmutzig ich merke auch gerade dass das kein himmel ist mit polar lichtern sondern einfach meine übelst dreckige scheibe ich habe gedacht wie schön ist das denn der ganze himmel sieht aus wie so polar lichter aber ist einfach meine scheibe dreckig jetzt muss ich da gleich runter irgendwie ne muss ich jetzt ne hier noch nicht doch hier oh doch ist eine ausfahrt ich dachte das wäre eine autobahnraststätte oh 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 alles verschüttet danke ja das war jetzt ein bisschen holprig was ist denn jetzt los licht das ist ja hallo ah oh also da habe ich jetzt mal kurz nichts gesehen fahr doch es ist grün oh da oben sind sterne ich liebe ja sterne ne also ich könnte mich wirklich stundenlang ins auto setzen und einfach rausgucken zu den sterne oder mich draußen hinlegen aber beim autofahren hat man noch so schöne musik und dann ist das feeling anders das ist immer so schön sind wir jetzt gleich schon wir sind gleich schon da oh 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 da haben wir uns nochmal gefangen das ist ja die reinste bucke ja wer muss aber wieder gefangen ich überhole ihn nochmal kurz und dann sind wir auch jetzt gleich schon da und stopp wir sind schon da ja wie viel früher sind wir denn da ich glaube anderthalb stunden waren das jetzt ne da leute guckt euch das an ist das nicht wunderschön ach das ist also da könnt ihr mir sagen was ihr wollt ich finde sterne so faszinierend und so beängstigend zugleich gucken wir uns nochmal die statistiken an ich mach mal die Tür zu die Tür ist ganz schön laut hier am Ohr wir haben alle transportiert alle Tickets verkauft keiner ist ungültig mitgefahren hier sieht das wieder tutti frutti aus dann haben wir hier alles toll Pausenqualität lässt wieder zu wünschen übrig Sachschäden nur 18 das ist okay nur drei Unfälle ist auch okay nur einen Wortstein mitgenommen ja also bitte Sicherheitsabstand nicht eingehalten na das ahhh gut ich hoffe wie immer euch hat das Video gefallen lasst gerne ein Like und ein Abo da wenn ihr das noch nicht gemacht habt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder bis dahin sage ich Tschüssi Ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal